ich darf hier zwei rollen hier geht ab im ernst das auto hat ein anhänger was das entscheidend was bist du für den spaß allen dingen die tankstelle kommt ich muss tanken vollgas unten rein aber das fährt ja auch noch an die seite verpiste ich will es wollte hin habe ich doch gesagt jawohl alter mein trailer liegt erst mal schön auf der seite total behämmert noch so dem ja ich muss meinen auftrag abbrechen weil er hängt klar weißt du wie du das machen kannst drück f7 und enter und dann stehst du mit der fracht einer an der werkstatt ja weil das im grunde nicht erlaubt ist dafür kriegst normalerweise fahren so fällt mir das jetzt haben einige fahrer von uns auch unterschiedliche hänger dieser dann das man das ist mit dem hier ich habe auch noch mal reportet dann also auf namen drauf klicken dann report und dann kannst du auch so was ich habe auf ganz unten aber wer will jetzt noch ich stehe in flex def ich musste mich importen war mein trailer auf der seite lag ja ich fahr denn zum highway rauf schon und dann warte ich oben auf dem highway und vorte ja er ist ja schon vorne jetzt alle da was ist das für ein spaß verpiss dich doch ich habe solche leute siehst du bei mir nicht auch die geschenke kommen der ist doch von mir hast auch noch ein spieler würde ich auch mal der rauflinger lage auf habe ich noch jetzt schon ach ja auch zum weckern da warten sechs mal kann ich ihn 5.000 leute ich darauf hinweisen ja 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 alles gut ja irgendeine von den anderen zwei jahre jetzt mir reingeschippt das ist ja nur die data wie es meistens ist ja ja der typ ist das zu blöd mit dem auto zu fahren oder ist jetzt dreimal an der selbstständigen gegen die wand gefahren ja dann bist du hier falsch wir sehen immer wieder mal glauben du mal ein bisschen langsamer bin ich doch schon wissen hinter mir jetzt langsam damit die schneiden aus und der auch kommt schon auch kommt schon was denn ja er ist in die mauer geknallt und ich konnte mal ausweichen er so muss eine seite stellen ich war jetzt gerade fühlt sich bei mir Lumpen mir eingefahren ich ne weil gerade ist es halt immer abstand wegen Prozent beim Haku weiter tankstelle ausschalten ja ja ich muss ja selber kann also ok dann passt also dings flexte fliegt auf der tour ja wenn wir sehen ob wir da vorbeikommen also in lauf meiner karte ja da sagt ihr bescheid wenn ihr da seid dann kann ich dir gummi geben weil ich fahre gerade 40 Achtung der vollmongo kommt zu euch gerade vorbeigerauscht ja wir hinkt an der andere ja auch kann ich schauen mit den hinterholen also von patrick die gummi schiebe an von hinten jawoll mach ich ich komme nicht mit dem einer blieb weg hoppala er wäre bei den in den Leitplan die auch schaden das sind die zugeheizungen boah der hättest du geil an wenn ich ihn durchpässt echt übelig richtig geil das hören die Automatikfahrer ja gar nicht eigentlich ne ne was hier ja wir können ja richtig durchpänen richtig rund in den Knüppel eigentlich noch nicht wie lange wir da wohl noch brauchen bis er merkt dass er mir wünscht ist der kleine Knirps keine ahnung das hat vorhin bei diesem komischen Luca auch ne weile gedauert wie lange mein konvoi wohl braucht zu merken dass ich voll weit hinten bin was machst du denn ich geb Gas ich fahre mit 65 Meilen ja dann lass uns mal ein bisschen langsamer fahren jetzt kommt deine idea also sehen tu ich euch noch wenn man jetzt auf der karte guckt ja ich fahre 50 so lange wenn du dann geschlossen ist das bescheuert das scheint ja die wahrscheinlich nie da so unerwünscht ich fahre gerade 50 ja ich hab auch 50 hingestellt ja dann mal hier neuner Vito außerdem kommt gleich ne tanke bei euch ja aber ihr könnt wieder Gas geben ja wir müssen eh gleich runter wir waren dann nochmal fix ja ok oh verpiste ich doch mal nicht ey oh er kommt der Waage die mit den Sound einfach wer muss er muss ah ne wir sind ja keine das ist gar keine glaube ich oder nicht nein richtig ganz freiwillig drauf fahren auf die Waage zahlt 8 Dollar ja ist aber gut dass wir hier halten dann geh ich nämlich nochmal kurz nach dem Oben gucken ja ich war auf die Waage wir wissen was ich drauf hab ich muss die zwei Runden abschmeißen hilft nichts so Motor abstellen hab ich noch mal gemacht kurz kurz sowas geiles als Druck zu fahren das ist TLI einfach das ist TLI genau weil überleg mal wenn wir jetzt noch mehr Leute hätten auf einmal fahren und nicht so 18 Leuten als Convoy rum oder so ja bei zu viel ist dann halt dann schon wieder nichts das ist betrieben dann fällig weil wenn dann Leute dabei hat die ja schlechte Verbindung haben dann zieh ich die auch nur mit oder ja das ist belastend was war das meiste 6 Leute waren wir meistens wenn alle da waren ne sieben andere ne die erstmal ah ja klar logisch das war das Grüße ja ja mein Bruder könnte auch nur mitfahren doch bevor wir fahren dann kann ich noch das Radier machen ja wir müssen ja sowieso auf dem Dominik warten gut ja ich bin doch schon da ach so hast du schon fertig ich bin jetzt gerade am tanken also ich fahr grad hin ja ich denke du wolltest noch wegen dem Holz gucken oder warst du schon ja ja war ich schon der ist richtig am rennen ja ich hab keine Heizung falls ihr euch das fragt er wohnt im Wald ja du wohnst ja auch auf dem Derb ja wir sind fertig okay ja wenn los wie Tobi abgeht er wohnt im Wald abgeschnitten von der außenwelt hauptsache das internet aber jetzt muss ich schon kämpfen bergauf ich merke es ja so fahrt vorbei wenn ich jetzt kein problem es gibt auch sowas wie brennen einfach mal noch gar nicht festgestellt hier machen wir mit der handbremse ohne scheiße ich tue die handbremse immer benutzen weil bei schrägen kurven oder so weil ich genau weil das kann ich vergessen noch nicht angeschlossen ich sage wenn ich eingestöpselt bin ich sag wenn ich eingestöpselt bin ich bin patrick sind schon mal da oh ja oh ja geht er immer voll ab mal ein bisschen langsamer tun weil dieser scheiß dann ganz versuchten doch abzubringen weil ich kann auch kommen wir denn jetzt oder ja die WP-Modell weil da meine ganze Kabine all der macht bling bling wenn er die bei dem Erwerbungen und die der Wecke der übel ob es einmal drauf treten wird sie aber wie man aber er kommt jetzt denke ich auch dass sie nur geschenke drauf hat das war nicht bei tv noch genauso glaube ich ja erst an die stunde du hast ja keine geschenke gehabt wenn ich für ostern also so ein event machen würden geschrieben dann gas oder soll ist ja doch heißt auch den gott der typ da grad weg geschrieben hat den gott hieß der typografisch geschrieben hat den kost ja aber der mit dem auto hieß dann gas oder so hat für sich durch da ist er dann das sechs oder er kommt wieder in unsere richtung die man da haben ich bin ganz komisch der hat alles das ein alter rafnicks echt ohne scheiß ja jetzt kommt ihr wir haben wieder weg weiter hier geht's wieder ab das ist jetzt vorbei oder was naja da kommt halt dann was es ist mir so egal ihr wollt mich halt auch nicht auf ihr autobahn lassen das ist scheißegal die knall halt voll vorbei weiß ich habe mir jetzt einfach eingedrängelt hier schweine hey martin alter was geht wenn man die das schon wieder los mit der ja wer muss nach urica es ist egal du bist ja in der tue da kommt noch der patrick vorbeikommen kann er vorbeifahren ich komme nicht vorbei er geht ja auch das stimmt du darfst ja bloß 64 bahn die hat es will ich könnte euch ich bin zwei leute also noch sehe ich euch ja ich halte sowieso mehr abstand wegen lexen würde das ist dann voll rein ja es bringt ja nix wenn das home legt ich lace H H